Ne, nicht Münzen. Die Punkte für... Achso, 100, ja. Ne, bei der Kiderlage. Ich meine, die Punkte für Weekend League. Achso, 100. Bei der Kiderlage, die ihr vorhin hattet, die Punkte du für die Weekend League gekriegt hast. Nix. Doch, 60, 60. 60. 60. Aber jetzt ist ein 200. Ja, weil ihr gewonnen habt. Was macht wie viel? Boah, übertausend. Jetzt 2, 2,70 hat er jetzt. Ja, okay. Ist noch. Also noch 1000. Also wirst du noch 10 Spiele gewinnen? Oder zig von ihr. Oder zig von ihr. So würde es mir auch machen. So würde es mir auch machen. Ach, was. Schlauern. Hm, kommt so. Ok, hat sie gern etwas? Ja. Ja. Junge, du gehst mir auf die Eier. Auf nach rechts. Ja. Mich nerven. Das ist jetzt kein doof Antwort gegeben. Das kann dir nur jemand sagen, der aggressive Texte entziffern kann. Als würde er irgendwas in die Taste hauen. Fünfmal G, fünfmal H, dreimal Z. Mit einem Slash und einem Fragezeichen. Dann kommt als nächstes irgendwie ein, zwei Sticker. Und jetzt hat er gerade geschrieben. Hahahaha. So ein dummes Gespräch. Ja. Dann schickt er an den Schrein. Ja. Dann schickt er aus. Ja. 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 m das ist ein das Konzert Jenny, du hast es geholt. Ich hab's geholt. Ja, das ist ja ein. Ich mag diese scheiß Trommeln hinut. Ja, ich hab Gold geholt. Oh yes, oh yes. Wir sind schon wieder bei den Fäusten. Wir bekommen das Kontrolle. Wir haben ja auch nicht gesorgt. Scheiße, ich krieg's nicht. Scheiße. Kann ich auf jemanden drauf springen? Geben ständig nachher. Man kann sich überdrehen mit deiner scheiß Boxhandschuhe. Kommt's Leute, der das schaffen mag. Fünf. Ja, ich bin hier alleine. Ich soll jetzt hoffentlich immer Punkte machen. Hier läuft! Boah. 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 Das ist selten, das hat das Gespräch. Das wir reagieren schon nämlich. Es kommt eine enge Freundschaftsanfrage, dann kommt noch ein Follower, dann kommt eine normale Anfrage. Der nervt einfach nur. und dann fängt noch ein Follower, dann kommt den Follower, dann kommt noch ein Follower. Ich hab auch zweimal geguckt. Weiß gar nicht. Ich hab schon 3 da nicht mehr gehabt, ne? Ich hab schon 3 da nicht mehr gehabt. Also Dienstag war schon da, das weiß ich. Und dann? Ich glaub Mittwoch, nein. Mach nur ein Dreieck. Da müsste ich gleich gucken. Ein Dreieck einwerfen, hier hinten. Ich meinst das mit dem Sprungprobefinale da, ne? Ja. Prob ich mal gleich. Scheiß, wo geht's rüber? Ja, ich glaub auch links. Ist das richtig? Dieser Fehler, ihr hat das gesehen. Dann rechts. Ich bin am Dienstag eingeschlafen, um einen Wecker für mich draufzustellen. Ich bleib eine Stufe zu spät auf Wacht. Ja. Beides mal links. Aber ich war 3 nach 9 in der Arbeit und morgen hätte ich Gas an tun. Boah. War noch nachspielzeit. Ja. 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 Nein. Ich hab's zur Halbzeit. Nein. Ich war noch Molly im Ziel. Nein. Ich seh Sabrina 9, Sappi 8. So hat's bei mir da gestanden. Bei mir hat er gestanden, dass Sabrina fällt, hier war. Von den Punkten her. Ja, ja. Tschüss. Also, ich weiß nicht, ich hab dich dran geachtet, das ist mir nicht zu wichtig, weil es erstmal, Bäm, ich hab vorne gezählt. Nein, weil sie nicht gesagt hat, deswegen. Ist ja voll unwichtig. Mach er aber nicht. Ach. Ach, wie dämlich. Was hast du gemacht? Ja, ne, ja, ich mein, nicht. Ach komm ey, mach doch einfach Finale. Wir können auch gar nichts, ne? Ja, gar nichts. Ach. Jo, da fangen wir halt von vorne an. Oh. 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 Ich weiß nicht. Aber wer ist, weil es das zum ersten Mal funktioniert hat? Oh. 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 Du bist ein schweren Teil von dir. Oh. 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 Warum du immer so nahe an der Faust fließt? Geht das noch ein bisschen weiter links? Nee, ich kann es nicht. Oh Mann! Ja, aber dann schießt er schneller raus. Das haben sie dann nie Probleme. Seit wann hast du so? Wie setzt sich dann ohne Druck? Wieso? Das sind nur Tipps, sonst nichts. Vom Obelix. Sabrina, wie gehst du durch deine Boxhandschuhe? Lassst du gerade aus oder seitlich? Ich gehe ganz links am Rand bevor diese... Nein, nein, von der Richtung her, von der Bahn her an sich, das ist schon klar. Aber drehst du die Kamera so, dass du frontal auf die Handschuhe guckst und da laufst du einfach ganz normal gerade aus? Ich lauf einfach ganz normal gerade aus. Sobald er zurückzieht, rennt nicht los. Ist die nebliche und dann wollen wir ja ein bisschen weiterhaufen? Ja. Das bringt dann nichts, wenn du siehst, nicht wann er genau drinnen ist. Doch. Ja doch, das sehe ich ja auch, weil ich kann es ja auch selber nicht mal anders da mache, weil ich ja sonst keinen Schwung drauf kriege. Aber so sehe ich halt genau, ob ich jetzt vom Handschuh weg bin oder halt noch drin stehe. Ach. 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 Oh, ich habe ihn. Ich versuchte die Leute da vom Hals zu halten. Kann der Pinguin sich mal in die Richtung entscheiden? Ich muss ein paar ausreden. Bei dem noch eine Trauern. Wir müssen nur schauen, weil ich wisst was da auch gut ist, vielleicht halten wir einfach nur rote fest. So ich hab jetzt einen. Also muss man dauerhaft. Und wir rennt noch einer. Ich hab schon einen. Ab einen und vermies gar keiner. Scheiße. Dass ich von Pinguin bis ins Ziel kriege. Also bis zu der Zeit. Boah alter, da muss ich aber seitlich gehen, sonst haben die mich direkt in geholt. Schade. Na ja, du hast den die ganze Zeit festgehalten, das hat mir Zeit gegeben. Vor allem wenn sie mal die Richtung ändern. So, unser Flur ist vorbei, hab ich gehört. Ich bin alleine. Oh nein doch nichts. Hab ich's bei mir. So drüner Seite und die andere Seite. Ist krapflich. Ding, ding. So. Man muss gegenüber vom Loch hingehen, gell? Ja. Schau mal alleine. Jetzt geh ich nach links. Schau mal wo's wackelt. Hey. Mach mal ein bisschen fest. Ich mach's. Ich mach's. Ich mach's. No, no, no. Das macht mich nervös. Ich wollte nur ein bisschen kuscheln. Oh, oh. Gib doch mal hier ein bisschen kuscheln. Das ist scheiße. Aber ich sag euch was. Wenn die drüberen Platten wegfallen. Oh, scheiße. Ja gut, dann braucht nur einer von uns den mitnehmen und den tanken. Ich hoffe, die drübere wackelt jetzt. Nein. Nein. Boah. Ach man. Der hatte den Fokus, keine Ahnung. Auf dem erfüllende Weg. Der ist sehr nahe bei euch. Passt's auf. Weg. Der hat er sich kalten oder nicht? Nein. Mh. Komm mal verloren. Egal. Schnell da drüben alleine. Ich habe mir noch so'n Leck. Schnell da drüben. hey. der Tác. Ich habe mir noch so'n Leck. muss mich jetzt unternehmen nein nein Nein! Das ist nur verloren. Und das nur durch den Scheißfehler. Hä? Und das nur wegen so einem Kackfehler. Nächste Feld. Aber eben mal 4 Ends verloren, 4 2, 4 3. Es ist nur 1, 9. Weil wie du gesagt hast, musst du mal einspielen. Ja. Nur du merkst schon mal bei mir, ich bin ja wie die Peeps auch schnell. Ja. Das mache ich mal gut, aber manchmal zu hektisch dann. Und? Das ist schon mal so. Das ist schon mal so. Das ist schon mal so. Jawoll! 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 Boah! Scheiße! CE Fehler! Oh mein Gott! Scheiße! Scheiße! Ich habe ein C für ihn nicht richtig. Schütt da nicht. Fahr oder D. Doch, normalerweise ja schon. Das ist ja auch mit mir ab. Ich habe es mit mir ab. Es kann es mir ab. Und dann. Vielen Dank.